In vielen sensiblen Bereichen gilt das Vier-Augen-Prinzip. In der Industrie, der Verwaltung und auch in Krankenhäusern hilft es, Fehler zu reduzieren. Besonders in der Medizin ist das Vier-Augen-Prinzip wichtig. Dabei überprüft ein zweiter Arzt die Planung der OP und die Einhaltung der Richtlinien. Leider ist in herkömmlichen Zahnarztpraxen das Vier-Augen-Prinzip oft nicht realisierbar. Bei DENTA Prime dagegen setzen wir konsequent auf das Vier-Augen-Prinzip. Sowohl die Planung als auch die Durchführung der Behandlung wird grundsätzlich von einem Kollegen bzw. einer Kollegin begleitet. Dabei hilft uns digitale Technologie, indem wir per Video vom Behandlungsstuhl aus zu den Fachkollegen über das interne Kliniknetz streamen.